Dann macht jetzt mal Jets, würd' ich sagen. Zwei Stück hab' da noch zu tun. Okay. Okay, thank you. Nope. No problemo. Rota! Ja, natürlich will sie mich. Was erwartest du? Sie lässt sich aber auch nicht ablenken. Wow! Wer hat denn da jetzt die Palette gewastet? Ich hab' da versucht zu steigen, ich bin fertig. John. Das war jetzt unnötig. Absolut. Schön. Was? Ja, ich würd' sagen, ihr macht jetzt schnell noch... Versucht jetzt schnell zusammen die zwei Gents auch durchzuziehen. Ich geb' euch so viel Zeit wie ich kann. Also, die ist wirklich Hardcore-Camp-erlastig hier, die alte. Die ist wirklich Hardcore-Camp-erlastig. Also, hier Pip hat's auf jeden Fall, wenn ich jetzt tot bin. Nein, sie hat'n Pip. Kenzie bis zum Tod, ich bis zum Tod, und es hing noch jemand. Also, sie ist immer noch bei mir. Ich hab' noch so leicht vergessen. Nein, ich hab' dich nicht vergessen. Ich wusste, dass du noch hin bist, deswegen. Ja, ich hänge noch Schnucki. Gib' am wenigsten Kuss, Baby. Komm' mal bisschen her. Jaaa. Oh, mehr Zeit, mehr Zeit konnte ich euch nicht geben. Tut mir leid. Trin, wie hättest du's nicht lieber gehabt, wenn das der, äh, Pip-Zinn-Kunz gemacht hätte? Also, ist mir eigentlich relativ, das ist nur bei jedem Killer recht. Okay. Also, am liebsten, am liebsten hab' ich's vom Geist. Von meinem Main-Killer. Joa. Blackpip. Kann ich sagen, dass sie die Punkteverteilung ein bisschen verändert haben? Bei dem Survivor? Ja, irgendwie schon. Hier kommt es nämlich auch so vor. Mama, passt keine Kumpen mehr. Die ist bei mir, gell, by the way. Okay, dann mach' ich das Tor rechts direkt an dem Generator auf. Wird der verschwört hier? Äh, sie kommt zu den, sie kommt zu den Toren. Scheiße, wenn die Spuren so schnell verschwinden, hä? Das Rechte. Aber sie ist auch nicht da. Doch, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie zum Ausgang. Raus, John, raus, 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 raus! Uah! Den Fehler hab' ich nämlich auch schon gemacht, dass ich dann da gehockt bin und dann, dann lag' ich da. Mhm, mhm. Ja, da bist du tot. Mein Never My Heads. Da hinten abkrampen. Hör zu Not, guck mal. Hinter der Werkstatt ist auch ganz gerne mal der, äh... Oh, ja, nice. Nice. Sehr nice. Hahahaha. Hahahaha. So, hier hört' sich das. Sehr nice. Net on sound incoming. Wup, wup. Ja, und jetzt brauchst du ja theoretisch nur rausrennen, beziehungsweise nach der Luke gucken. Oder noch das linke Tor aufmachen. Ja, ich hab' so'n bisschen das Gefühl, die haben so'n bisschen die Punkte verändert. Weil nichts normal war. Weil im Normalfall... Ja, minimal, aber im Normalfall hätt' ich jetzt BIP gemacht. Ja, ich hätt' auch normale weißen Black BIP gemacht. Ja. Ja, Alter, du musst Schwimm treffen. Die wundert sich gleich wahrscheinlich erstmal, warum du nicht am Boden liegst, wenn sie dich dann mal trifft. Wenigstens hat sie keine Nöte-Exte dabei. Ja, das wär's noch gewesen, ja. Boah. Nöte-Exte, nöte an sich. Wow. Wow. Der ging aber knapp daneben, du. Halleluja. Hahaha. Nice, nice. Sehr schön. Ja, der war ein bisschen anders. Ach was. Der war verloren. Ach was. Der war verloren. Den hatte ich auch schon mal. Ja. Eindeutig. Eindeutig. Den hatte ich auch schon öfter. Oh, was hab ich denn hier? Eine Einladung gekriegt? Was für eine Einladung hab ich denn hier? Ach vom Kiwi. Richtig. Den hatte ich ja bei mir drin. Stimmt ja. Der ist bei mir nicht nebend rausgekommen. Aber ich hab die ganze Zeit fair gespielt. Du kannst nicht sagen, ich hätt gekämmt. Obwohl, eine Runde hab ich gekämmt. Da haben sie aber auch wirklich dann den Bug ausgenutzt, dass du als Killer nichts mehr hörst. Hä? Wie geht das denn? Durch den Cracker. Die haben den Cracker gezündet und ich hab die ganze Runde keinen Sound mehr gehabt. Lacken war auch. Alter. Ich hab mich da aufgeschmissen als Killer. Und da hab ich dann am Ende die weggekriegt, die dann noch einen, nach dem Cracker hat sie mich dann nochmal zusätzlich geblendet und mir quasi einen vom Arm runter geholt, den ich gerade im Arm hatte. Und die hab ich dann am Ende gekriegt und die hab ich dann auch abgekämmt. Um wenigstens ein Bar-Pünktchen noch zu kriegen. Also das war schon ziemlich heftig. Also den Bug sollten die Devs definitiv noch beheben, weil das kann nicht sein, dass der Killer die ganze Runde dann keinen Sound mehr hat. Okay, der Killer ist bei 91, 79, 81 rum. Das ist okay. Laut dem MLTA, was jetzt mit Ice integriert ist. Ja, find ich cool gemacht irgendwie. Wie? Das ist jetzt direkt hier? Ja, das... Guck mal, guck mal unten im Chat. Da siehst du den Killer-Ping. Das gelbe, das gelbe Ding. Guck mal, der gelbe Streifen. Nice. Und als Killer siehst du das auch bei den Survivoren, wenn du Killer spielst. Ne, direkt neben dem Namen immer. Ja, aber ey... Da sind teilweise welche dabei, da... Da sag ich nein. Die händen 600er Ping. Okay. Okay, solche hab ich noch nicht drin gehabt. Alter, da hab ich mir noch... Ich auch. Ne, ich noch nicht. Also ich hatte... Ich hatte einen Italiener drin, der war... Dem sein Ping war nicht so doll, aber der... Das war eigentlich völlig okay. Okay. Also mit dem konnte ich trotzdem ordentlich spielen. Er ist auch verreckt. Ja, bei Shoah am Ping. Ne, der hat nicht gereckt, gar nichts. Das war ja der Witz. Ja. Okay. Läuft bei dem. Und ein Loot von John Queen. Another Bites of... Da fehlt das off. Nein, another one bites the 3D. Ne, another one bites the 3D. Was? Hast du geschrieben. Ach, das eh fehlt. Ne, da fehlt auch das off. Ne, da fehlt auch das off. Ich bin am Ausgang. Bleib super. Triegel. Im Lead von Queen. Another one bites the dust. Off. Dust. Ne, the dust. Off. Oh nein, wir haben den neuen, sehe ich gerade. Upsala. Ne, eigentlich nicht nicht. Ne, boi. Das ist schon bei dir oder was? Jo. Ja. Ich bin am Scheißhau so gut übrigens. Mit ihm. Und der ist schon gut, der hier übrigens. Der ist schon festig. Ja. Da hat jemand Punkte gesammelt für den. Und der hat mich glaube ich verloren. Hm. Okay. Also der ist glaube ich sogar festig. 3 sogar. Doch. Sieht zumindest so aus, es ist gerade nicht vorbei. Es ist noch mehr Drescher. Hm. Na gut. Aber gut. Ich sollte live chairieren, Fahrerien auch um. Ich hab euch ein jet fertig. Ja, da mag ich ein neuiui. Da komm ich im Leben nicht rechtzeitig hin, dass kannst du Phoenix. Hope from. Man kommt nach links und rechts und links und links, wasτε mit dem nicht mal. Mit der hatte ich bin. Jetzt hängt er ganz in der Nähe vom Blut. Ah ja. Hi. Tja, zu zweit geht alles schneller, ne? Kennst du? Wieso zu zweit? Ich hab Werkzeugkasten dabei. Ich hatte auch Werkzeugkasten und das neben dir. Ah, okay. Neh, lieber um. Mann, du bist ja schon, wie soll das so schnell gehen. Fahr nur ein bisschen. Meine Fresse, verpiss dich. Gehen Sie das Reale? Ich komm da nicht durch, ernsthaft. Dann rennen Sie mal, junge Frau. Bitte wenden Sie, ich glaub nicht für die. Bitte nicht wenden, Kappa. Er kommt, er kommt, er kommt. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Bitte gehen Sie. Wenn er nicht in die her ist, kannst du zumindest mal schon kommen. Ich mach mir gerade den Generator. Moment. Hm? Was? Die können wir weiter in meine Richtung grenzen. Das geht gar nicht. Lass den Keller weg. Lass den Keller weg. Halt, hallo. Geh schon in die andere Richtung. Danke. Ja. Hat hier jemand nach Heilung gerufen? Erst mal Streicher. Du notgeales Stück, John. Natürlich! Ja. Dazu muss der Kinder mich erst mal kriegen. Ach, ich... Ich kann gern abstreifen. Wo bist du denn? Ähm, ich renne jetzt, ähm, in die Richtung vom gemachten Chen. Okay. Tu das. Sehr schön. Ich laff mal in die andere Richtung. Und noch ein Nude. Oh, er kommt von allein dahin. Glaub ich. Ja, ja. Er hat dich verloren. Nee, der hat er nicht. Achso. Ach, da bist du. Ja. Schön, schön. Das hab ich mir vorhin auch gedacht. Ich hab extra Lärm gemacht gerade, aber es interessiert ihn nicht. Äh, am Scheißhaus hab ich zwei Paletten in der Ecke, hab ich da verbraucht. Verbraucht. Kennst du sie? Zur Info. Ja. Hab's gesehen. Herzhaft. Und auch Loot von... Rekalange! Ja, vielen Dank für den Loot! Aua! 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 Ich hab nicht mal Space gedrückt, überhaupt. Auffass, ne? An dem Chen. Du schon wieder weg. Wow. Ich hab noch Barrowtime dabei. Was ist denn? Ja, ja. Also ich hab kein Barrowtime. Ich bin in der Wand. So, haken, haken, haken. Ah, vermutlich da vorne gehört. Nee, doch nicht. Verdammt. Das habhören tut das... Imirnat schon. Jetzt interessiert sie ihn. Ja, ja. Es geht aber instant zurück. Oh oh. Es ist hinter dir! Es ist hinter dir!